Einen wunderschönen guten Tag zusammen, liebe Freunde. Diesmal nicht zu einem Let's Play, sondern zu einer kleinen Infofolge. Und zwar ist mir gerade eingefallen, ich habe noch zwei Destiny Beta Codes für die Playstation 4 in Europa. Und ich dachte mir, die kann ich doch verscherbeln. Und was ihr dafür tun müsst, ist ziemlich genau das, was man so bei allen YouTube-Gewinnspielen in Anführungszeichen tun muss. Und zwar Channel abonnieren, Daumen hoch und einen Kommentar verfassen. Und ich werde dann in genau 24 Stunden, ich weiß nicht genau wann dieses Video hier hochgeladen wird, am 23. auf jeden Fall wird es hochgeladen. Am 24. morgens werde ich dann den Gewinner auslosen und die Codes, also die zwei Gewinne auslosen und die Codes jeweils in die YouTube-Inbox senden. Und ich werde natürlich auch noch auf die Kommentare antworten, damit ihr es mitbekommt. Und ja, das war es auch schon. Ihr habt dann noch die Chance, bis zum 26. Juli die Beta zu spielen. Ist jetzt nicht mehr so lange, aber naja, immerhin, oder? Also, dann schreibt mal fröhlich, abonniert fröhlich, Däumchen nach oben und dann würde ich sagen bis morgen und viel Glück euch allen.